Mein Name ist Helga Linser, ich in München wurde im 3. April 1910 geboren. Ich Einzelstaatliche oder der Gestapo und wurde geschickt, um in Stalingrad kämpfen. Ich diente als loyaler Soldat des Dritten Reiches, kämpften die Sowjets und die Amerikaner gleichermaßen. Dann am 30. April 1945 erscheint dieses Fettfugtransport mich mit seiner Fürze zu einer anderen Zeit. Nun will ich Ray Wange um jeden Preis zu nehmen. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, wie bis dato ist Zome u Ан is coming KUIchKU kolej Millionen Halt! You are trespassing! You llamas will never win quatsk quatsk! It's a bad little trick! Oh my god no! Oh my god no! I think I am in love with you quatsk! We will talk later up and wait! Meanwhile take me to the nearest military base! More than 8 years ago! When I was in a doctor, I would call the new doctor-in-law, Use a hand-in-law to paint the wood in the Mats server, Use a hand-in-law to paint the wood inside of the house, Use a hand-in-law to paint the wood into the house, Use a hand-in-law to paint the wood in the house. Der Führerbefall Der Führerbefall, dass sie an die Ostfront wird in der Schlacht von Stalingrad geschickt werden Hast du ihn bis zu diesem? Du weißt, dass ich nur für die Gestapo, ich bin kein Fußsoldat, Arbeit Du weißt, ich weiß nicht, stören die Führersentscheidungen Außer du bist stark und intelligent, sie werden es machen Nein, sie haben es, Arschloch Es war vielleicht auch sie, wenn sie nicht so viel Zeit an den Duschen Dann können sie Zeit für sich selbst zu gehen Sie will gehen, und your bitch wird sterben Greetings What do we owe this honor? We are here to talk about your progress in overthrowing the Lama Communist Party We are working on it, we have taken heavy losses, but still we can win It's just gonna take a little bit more time You think we are giving you guns just for charity? You better start progressing or else You are making a great mistake Nobody threatens our leader No, don't lose your temper, we can negotiate We brought you some new weapons Sir, these are tacos Now wait, there is an explanation for this Kill them all The military bus is there This is all my fault I sold all the guns for tacos What are we going to do? Oh look at taco You don't know that we are eating rotten food Anyone there? This is the north unit The Lama is removing to attack We are waiting for orders What to say? No one will know that our leader is dead Ich sage nur jemanden da. Wait for others, quatsk, quatsk. No, have to worry. We are here. What are the leader's orders? Oh, ha, lala, m, ha, ha. Leader is that fat lady in our leader. Holy fuck. We are outnumbered and outgunned. They have 7 to 10 T-90 tanks and about 15 military jeeps. We only have one M1 tank with no ammunition. I am a duck and will never differ. Help my people. I have an idea. Go to the military bars and bring all the tacos. Greetings, let me present myself. I am Lieutenant Cross. What is your business? Let's just say that I'm here to spank you, bitch. And when I spank a bitch, I spank her like a whore. You think I'm afraid of you? Well, let's go the talking and fight me. May the best win. Just let me warn you that when I drink vodka I fart like a cow. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What's the big thing? I'm afraid to die. You think you're gonna win, bitch. I'd rather die. Jemand call me, dick. I am a badass, bitch. I'm a badass, bitch. I'm a badass. Ich bin der Mann, wie ist die Mann? Ich bin der Mann, wie ist die Mann? Hier ist ihr, beide. Was ist dein Name? Mein Name ist Georg. Ich bin Helga. Break it up. We don't have much time the llamas are approaching. You saved our people. Will you be the president of this new nation? Okay. Let's party. Ich bin der Mann, wie ist die Mann? Ich bin der Mann, wie ist die Mann? Ich bin der Mann.